Sie benötigen für ein neues CorelDRAW-Projekt ein wenig Inspiration? In diesem Video lernen Sie, wie Sie auf CorelDRAW-Vorlagen zugreifen, diese nach Ihren Wünschen verändern und eigene Vorlagen erstellen. Teil 1 – Vorlagen einsetzen Der schnellste Weg zu den Vorlagen führt über das Dateimenü und neu aus Vorlage. Mit der Abo-Version von CorelDRAW gelangen Sie direkt in den Online-Bereich mit über 200 exklusiven Vorlagen. Für alle Benutzer sind außerdem zahlreiche Vorlagen lokal installiert, diese erreichen Sie über den entsprechenden Button. Nutzen Sie die Suchfunktion und tippen einfach einen Suchbegriff in das Feld Vorlagen suchen ein. Alternativ nutzen Sie die Filterfunktion über die Kategorien, um thematisch passende Projekte einzusehen. Die jeweilige Ansicht sortieren Sie über das entsprechende Pulldown-Menü. Je nachdem, ob Sie sich im Online-Bereich oder den lokalen Vorlagen befinden, haben Sie etwas unterschiedliche Optionen. Online können Sie beispielsweise Empfehlungen für Sie anwählen, die auf Ihren Interessen- und Kenntnisstand abgestimmt sind. Mit einem Klick in alle Kategorien gelangen Sie in die Übersicht aller Vorlagen. Die Größe der Vorlagenminiaturen kann mit dem Schieberegler angepasst werden. Wenn die Option Vorlagendetails anzeigen aktiv ist, wird auf der rechten Seite des Fensters außerdem eine vergrößerte Version der ausgewählten Vorlage mit Detailinfos wie Layoutgröße oder Seitenanzahl angezeigt. Klicken Sie nun auf Öffnen, um ein neues Dokument auf Basis der gewählten Vorlage zu erstellen. Haben Sie die Vorlage noch nie verwendet, wird sie automatisch heruntergeladen. Gut zu wissen, das neue Dokument enthält lediglich die Elemente der Vorlage. Sie können diese nach Belieben anpassen, das Vorlagendokument selbst wird hierbei niemals verändert. Wie Sie eine Vorlage editieren oder eigene Vorlagen zur späteren Verwendung abspeichern, das zeigen wir etwas später in diesem Video. Werfen wir noch einen Blick in die lokalen Vorlagen. Dort finden Sie vorinstallierte Vorlagen, alle Vorlagen, die Sie aus der Online-Bibliothek geöffnet haben und sämtliche selbst erstellten Vorlagen. Wenn Sie für eine ausgewählte lokale Vorlage auf das Symbol Eigenschaften klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem auch die Stichworte der Vorlage aufgelistet sind, also jene Begriffe, die im Suchfeld verwendet werden können. Wenn Sie Stichworte hinzufügen oder ändern, müssen Sie diese Änderung speichern. Beachten Sie, dass diese Änderungen bei den Online-Vorlagen nicht funktionieren, diese sind schreibgeschützt. Ein Klick auf das nebenstehende Symbol öffnet den Ordner, in dem die jeweilige Vorlage abgelegt ist. Sehr praktisch, per rechten Mausklick auf die jeweilige Miniatur markieren Sie Vorlagen einfach als Favorit und filtern diese mit einem Klick. Über den Button Weitere Werkzeuge laden Sie zudem weitere Vorlagen herunter, viele davon sind gratis verfügbar und werden direkt in den Bereich der lokalen Vorlagen hinzugefügt. Teil 2 – Ändern und speichern einer Vorlage Jede Vorlage in CorelDRAW können Sie individualisieren und als neue Vorlage abspeichern. Schauen wir uns das anhand eines Beispiels, einem monatlich erscheinenden Firmen-Newsletter an. Laden Sie die passende Vorlage über das Dateimenü und Neu aus Vorlage. Diese Vorlage aus dem Bereich Broschüren wird automatisch den lokalen Vorlagen hinzugefügt und als neues Dokument geöffnet. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, um den Newsletter auf Ihr Unternehmen anzupassen. Damit diese Fassung als Vorlage künftig direkt zur Verfügung steht, gehen Sie auf das Dateimenü und wählen als Vorlage speichern aus. Sie gelangen direkt in den lokalen Vorlagen-Ordner. Dort wählen Sie Corel-Templates aus und vergeben einen passenden Namen, beispielsweise Kunden-Newsletter. Und jetzt geben Sie noch einen passenden Titel sowie die Stichworte und weitere Details ein. Stichworte trennen Sie durch Semikolons. Weisen Sie außerdem unbedingt eine passende Kategorie zu, in unserem Fall Broschüren und klicken dann erneut auf Speichern. Schließen Sie nun unbedingt dieses Dokument, denn wie Sie in der Dateibezeichnung sehen, hat sich der Dateiname geändert und Sie bearbeiten nun direkt die Vorlage. Und diese wollen wir aber so behalten, wie sie aktuell aussieht. Und jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Wählen Neu aus Vorlage. In der Kategorie Broschüren finden Sie nun direkt Ihre eigene, neu gestaltete Vorlage. Sie können diese nun immer wieder verwenden und die Inhalte entsprechend anpassen und ganz normal als CorelDRAW-Dokument abspeichern. Unser Tipp, nutzen Sie das Andock-Fenster exportieren, um den Newsletter schnell und unkompliziert in verschiedene Dateiformate wie PDF oder JPEG zu exportieren. Teil 3 – Vorlagen im Netzwerk verwenden Prinzipiell kann jedes CorelDRAW-Dokument in eine Vorlage umgewandelt werden. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, das aber künftig auch Kollegen zur Verfügung stehen soll. Wie gerade gezeigt, gehen wir im Dateimenü auf Als Vorlage speichern und wählen nun nicht den angezeigten Template-Ordner, sondern einen anderen Speicherort. Das kann dann beispielsweise auf einem Netzwerklaufwerk oder auch einem beliebigen Ordner Ihres Computers sein. Tragen Sie die passenden Stichwörter ein, wählen eine Kategorie und speichern wieder ab. Allerdings wird die Vorlage dann nicht direkt in die Übersicht übernommen. Um dies dauerhaft sicherzustellen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und aktivieren, wählen Sie eine Inhaltsquelle aus und neu hinzufügen. Klicken Sie auf Alias erstellen und browsen zu jenem Ordner, in dem die Vorlage abgelegt wurde. Alle dort vorhandenen Projekte werden direkt in Ihre Übersicht geladen und stehen künftig immer parat. Neue Vorlagen, die im gleichen Ordner gespeichert werden, holen Sie über das Zahnrad-Symbol, wählen Sie eine Inhaltsquelle und Ordner neu indizieren ganz automatisch dazu. Während CorelDRAW-Dateien mit der Erweiterung CDR gespeichert werden, besitzen Vorlagendateien die Erweiterung CDRT. Wenn Sie über Datei und Öffnen eine Vorlagendatei öffnen, werden Sie daher immer gefragt, ob Sie die Vorlage selbst ändern oder ein neues Dokument basierend auf der Vorlage öffnen wollen. Und das war unser Training rund um die Vorlagen in CorelDRAW. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren. Gratis-Trainings und Webinare finden Sie außerdem unter coreldraw.com unter der eingeblendeten Webadresse. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.